Live zur Pressekonferenz von Markus Söder vor dem CSU-Vorstand heute der Vorstandssitzung, die letzte wohl vor der Sommerpause. Und Markus Söder wird sich den Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellen. Wir haben heute wieder Vorstand der CSU und haben umfangreiche Beratungen. Das ist ja jetzt relativ kurz vor der Sommerpause. Für uns ist eines auf jeden Fall klar, Corona bleibt die dominante Konstante. Es gibt überhaupt keinen Anlass nachzulassen. Ich verstehe, wenn der eine oder andere sich auf Urlaub freut, wenn der eine oder andere auch ermüdet ist. Aber es gibt, und das kann man weltweit beobachten, überhaupt keine Alternative dazu, weiter umsichtig vorsichtig zu sein. Lebensfreude und Vernunft sind ein Brüderpaar, ein Geschwisterpaar, die zusammengehen müssen. Deswegen ist für uns auch klar, dass wir auf keinen Fall die Maskenpflicht lockern oder abschaffen werden. Wir glauben, dass das nach wie vor eines der ganz wenigen Instrumente ist, wenn es um Sorgfalt, um Schutz und Sicherheit bei Corona geht. Deswegen werden wir auch als Freistaat Bayern, aber auch jetzt die politische Kraft der CSU, werden wir das nicht machen. Wir haben uns heute Morgen auch noch mal mit der CDU abgestimmt. Da gibt es eine ähnliche Interessenslage, ähnliche Einschätzung. Es wäre jetzt ein Fehler. Ganz im Gegenteil. Wir machen uns schon Sorgen, wie das Ganze weitergeht. Wenn man sich anschaut, wie in England die Pubs gestürmt werden. Die Zahlen gehen überall etwas leicht nach oben. Noch nicht bedrohlich. Aber man muss dann aufpassen, dass es nicht sehr schnell gehen kann. Deswegen ist nach wie vor die einzige Strategie, umfangreich testen, um schnell regionale Cluster zu ermitteln und dann Infektionsketten austrocknen zu können. Zweitens Distanz halten, Abstand halten. Und drittens eben die Maske und die Maskenpflicht. Es gibt für uns keinen Anlass, das jetzt zu ändern oder abzuschaffen. Es hat sich im Alltag auch bewährt. Hinzu kommt übrigens noch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht eine stärkere Spaltung der Gesellschaft bekommen. Ich habe totales Verständnis, wenn junge Leute gerne Party machen. Das soll auch möglich sein, aber auch bei Party kann man mit Vernunft machen. Wir müssen deswegen aufpassen, dass viele Ältere sich nicht zurückziehen aus dem öffentlichen Raum, weil sie in Unsicherheit sind, was findet überhaupt noch statt. Ob das Geschäfte sind, ob das der ÖPNV ist. Und bevor wir nicht die endgültige Erfahrung haben, insbesondere mit dem Herbst, das wird ja unsere große Bewährungsprobe sein, was passiert nach dem Urlaub, wie geht es im Herbst weiter, so lange gelten die bisherigen Strategien weiter. Stückweise Erleichterungen, Lockerungen, ja, natürlich, wird auch weiter so fortgesetzt, aber nicht die grundlegende Strategie zu ändern, auch wenn es sehr viele Leute da mit aller Wucht dagegen angehen werden, jedenfalls bei uns, wenn die Masken erst einmal bleiben. Maskenpflicht ja, Wehrpflicht nein. Da gab es ja am Wochenende noch einmal eine Diskussion, wo wir uns auch relativ klar sagen, dass wir eine Wehrpflicht nicht für ein sinnvolles Instrument halten. Erstens einmal hat sich die Zeit so überholt, dass die Bundeswehr sich komplett neu aufgestellt hat. Also es wäre jetzt ein Fehler, wieder einen zurückdrehen zu machen. Das würde die Verteidigungsfähigkeit eher schwächen. Und es ist auch gar nicht die Zeit dafür, da man darf sich vergessen. Wir hatten auch damals, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde, schon das Problem, dass wir sehr wenige oder immer wenige junge Menschen hatten, die hingegangen sind. Das wäre schon verfassungsrechtlich kaum mehr darstellbar gewesen. Stattdessen bieten wir an, da werden wir darüber reden, auch noch mit der CDU, wie wir freiwillige Angebote stärker machen können. Wir haben ja die Idee eines Deutschlandpraktikums. In der CDU wird darüber diskutiert, ob man nicht andere freiwillige Angebote machen kann. Ich denke, wir sollten uns das jetzt dann über den Sommer einmal überlegen und das vielleicht auch ergänzen mit Anreizen für Studium, Anreize möglicherweise auch für andere Bereiche, später sogar für die Rente, wenn jemand bereit ist, eine gewisse Zeit, einen solchen freiwilligen Dienst zu machen. Wir haben sehr viele junge Menschen, gerade jetzt noch in der Phase, dass nach dem achtjährigen Gymnasium die gerne eine längere Pause nehmen wollen, zwischen Schulabschluss und Studienbeginn. Das könnte eigentlich ein Angebot sein. Und das Dritte, was noch wichtig ist, wir müssen uns noch einmal sehr intensiv jetzt gerade darauf vorbereiten, auf die zweite Jahreshälfte, was die wirtschaftliche Lage betrifft. Ich mache mir schon Sorgen. Ich mache mir Sorgen. Man spürt, dass das ein weltweiter Prozess ist. Heute habe ich Berichte gelesen aus Schweden, auch trotz einer anderen Philosophie, die gleichen wirtschaftlichen Probleme hat, weil all die Branchen, ob Automobil und die Zuliefer, ob das der Luft- und Raumfahrtsektor ist, ob es der ganze Maschinenbau ist, die hängen alle an den internationalen Exportketten. Solange aus den USA kein deutlicher Signal der Besserung bekommt, und unser Gefühl ist im Moment eher, dass es dort schwieriger wird, weil sowohl die Strategie im Umgang als auch die Gesamtlage das dort eher mit weniger guten Aussichten versehen lassen, solange wird es ein ernsthaftes Problem werden. Und deswegen müssen wir nicht nur Soforthilfen, sondern auch Bürgschaftsprogramme so machen, dass sie beschleunigt. Wir brauchen dringend die Genehmigung aus Brüssel für die entsprechenden Fonds der Übernahme. Das gilt sowohl für Berlin als auch für uns. Und was ganz wichtig ist, wir müssen uns mehr um die Zulieferer alle kümmern. Also es reicht quasi nicht nur die Luftkanzer zu retten, wir müssen auch um die Zulieferer kümmern. Das Gleiche gilt für den Automobilbereich. Die großen Unternehmen sind stabil, und gerade die in Bayern, aber wir brauchen auch Unterstützung für den gesamten Zuliefersektor, denn der wird in der zweiten Jahreshälfte massiv weiter unter Druck kommen. Und deswegen müssen wir da einen maximalen Einsatz zeigen. Deswegen brauchen wir auch für Bayern eine entsprechende Wirtschaftsstrategie, die sich um jeden Einzelfall kümmert. Jetzt nicht nur so ein allgemeines Programm, sondern ein wirkliches Krisenmanagement, das sich um jeden Einzelfall kümmert. Das werden wir jetzt die nächsten Tage gemeinschaftlich innerhalb der Staatsregierung mit den Kolleginnen und Kollegen dort etablieren. Also zusammenfassend gesagt, es wird alles nach wie vor von Corona dominiert. Das bleibt auch so. Und deswegen sind diese Sachfragen jetzt im Vordergrund. Wir haben ja noch in Bayern längere Zeit, wir haben jetzt die Woche nochmal das Plenum, das wir machen. Ich darf auch eines noch zum Schluss sagen. Wir halten diesen Kurs bei Corona auch, wenn es zwar wenige, die dafür immer lautstarker gibt, die sehr aggressiv sind. Also die Aggression nimmt zum Teil zu. Das ist spürbar in der Art und Weise von Drohungen, in der Art und Weise von Argumenten, die zum Teil kommen. Wir bleiben aber bei unserem Kurs, weil am Ende können wir uns nicht leisten, Dinge zu leugnen, die objektiv nachvollziehbar sind, also die wissenschaftlichen Ergebnisse. Heute Nachmittag beginnen wir eine neue Studie, die sich mit dem Thema nochmal Bewertung und Untersuchung betrifft für Kinder, Kitas und Schulen, wo wir bei Anfang an gehen. Also wir nehmen das weiter sehr, sehr ernst, die wissenschaftliche Begleitung. Deswegen stellen wir uns nicht auf die Seite derer, die mit unsachlichen Argumenten versuchen, es auszuhebeln. Und deswegen bleibt da die Linie von Umsicht und Vorsicht, die bleibt dominant in Bayern. Vielen Dank. Stefan Mayer. Herr Ministerpräsident, eine Frage für die Tagesschau heute. Nochmal ganz kurz zur Maskenpflicht. Wie bewerten Sie denn die Diskussion, die es darüber gibt? Und warum ist es so schwer, auf der Basis von der Bewertung von Virologen, das ja auch Ihr Maßstab eigentlich ist, da eine gemeinsame Linie zu finden? Also, denkst du mal, wir bleiben klar bei unserer Linie. Wir sind der festen Überzeugung, die Maske ist eines der wenigen Instrumente, die gegen Corona helfen können. Die Maske jetzt abzuschaffen, würde nicht nur ein Gefühl der großen Unsicherheit neu beleben. Es könnte tatsächlich auch die Infektionsraten steigen lassen. Deswegen ist es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, das zu tun. Ich habe Verständnis, wenn es aus Ländern oder Regionen, wo überhaupt nichts ist, man das diskutiert. Aber ich glaube, dass unter dem Strich, auch in Deutschland, wir haben eine halbig stabile Zahl mit Tendenz nach oben, was die Infektionen betrifft. Wir sollten jetzt an der Stelle nicht unvorsichtig sein, weil wir auch ein falsches Signal und eine falsche Möglichkeit sind an viele Leute. Die glauben nämlich in dem Moment, dass jede Erleichterung bedeutet, es sei kein Problem mehr. Erleichterung bedeutet nämlich nur, dass wir die Verantwortung wieder den Menschen geben. Und man hat manchmal den Eindruck, dass nicht jeder die Verantwortung in gleicher Weise wahrnimmt, wie wir sie in der Situation bräuchten. Herr Puhl vom ZDF. Ich habe noch eine Frage zu gestern. Da haben Sie ja die Diskussion um die Kanzlerkandidaturfrage nochmal neu befeuert. Sie haben gesagt, eigentlich ist nur derjenige geeignet, der in der Corona-Krise, der sich da bewährt hat. Fällt Ihnen da in der gesamten Union jemand ein? Oder wer fällt Ihnen denn da ein in der gesamten Union, der die von Ihnen gestellten Maßstäbe trifft? Und die zweite Frage wäre, können Sie denn ganz klar ausschließen, dass Sie selber bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr als Kanzlerkandidat antreten für die Union? Also erstens, ich glaube, es ist nicht die Zeit, um über Kandidaturen einzeln zu reden im Moment, sondern es ist jetzt nach wie vor die absolute oberste Aufgabe und hat Priorität. Das wird uns um das Wohl vieler kümmern und nicht nur um die Karrieren einzeln. Deswegen gibt es einen klaren Fahrplan, über den sich jetzt, glaube ich, fast alle schon verständigt haben. Ende des Jahres und den wollen wir einhalten. Mein Platz, das habe ich jetzt hundertfach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier jetzt sehen, an der Stelle in Bayern. Zweitens, zunächst mal ist es auch ein Dank an die Bundeskanzlerin. Also ich habe den Eindruck, dass gerade die Bundeskanzlerin Besonderen auch nochmal Anerkennung verdient für das, was sie erneut in dieser Krise bewiesen hat, wie in so vielen Krisen zuvor. Natürlich ist heute Politik nicht nur das Versprechen von den schönen Dingen. Das ist die Kür, aber die Pflicht ist, sich zu bewähren. Und ich glaube, da haben sich sehr, sehr viele bewährt. Ich will das einmal ausdrücklich sagen. Ich bin der Meinung, auch alle Kandidaten, die bei der CDU um den Vorsitz sich bewerben, sind ganz überzeugende Persönlichkeiten. Am Ende entscheidet aber die CDU, wer ihr Parteivorsitzender wird. Für uns ist ganz klar, wir führen jetzt keine Personaldebatten. Aber umgekehrt darf sich auch keiner täuschen. Die hohen Umfragewerte jetzt sind meiner Meinung nach prioritär der Bundeskanzlerin geschuldet. Und deswegen wird es auch nicht so sein, dass wir dann praktisch von selbst im nächsten Jahr, wenn dann eine Bundestagswahl ansteht, Umfragewerte der Kanzlerin übernehmen können, als Umfragewerte der Union oder von jedem Einzelnen. Aber ich finde, bislang haben sich alle in den Krisen bewährt. Ganz Deutschland hat sich in der Krise bewährt. Insofern ist es auch die Grundvoraussetzung dafür, dass man erfolgreich sein kann. Noch einmal, alles Top-Kandidaten bei der CDU. Christoph Trost von dpa. Wir wollen trotzdem noch die Anschlussfrage. Kollege hat er gefragt, schließen Sie für sich eine Kandidatur aus? Sie haben gesagt, Ihr Platz ist gerade in Bayern. Nein, mein Platz ist jetzt hier, aber mein Platz ist natürlich immer in Bayern. Schauen Sie, ich führe die Debatte ja nicht. Es wird ja ständig über mich geredet, also und zwar von allen. Ich freue mich auch darüber, dass die Arbeit, die Bayern in Bayern geleistet wird, positiv bewertet wird, besser als andersrum, wenn ich das sagen darf. Und ich sage übrigens auch umgekehrt, das mal ausdrücklich, ich finde auch, dass Armin Laschet das jetzt in NRW von außen betrachtet sehr, sehr stabil und sehr stringent gemacht hat. Auch das möchte ich einfach mal anmerken. Man sieht die Zahlen, wie jetzt NRW runtergehen. Das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis. Jeder leistet da seinen Beitrag. Das tun wir auch. Aber klar ist einfach noch mal, die Debatte jetzt bringt uns nichts. Ganz im Gegenteil. Sie wird über den Sommer keinem helfen. Aber der Bundeskanzlerin zu danken, das finde ich, ist auch vor der Sommerpause zulässig. Und mein Platz ist in Bayern. Ihre Äußerung in dem Interview gestern wurde auch als mögliche Intention verstanden, dass Sie Herrn Spahn stärken wollen in dem Rennen. War es ein Fehler von ihm, sozusagen zu früh hinter Armin Laschet zurückzutreten und das Team in diese Richtung zu bilden? Würden Sie ihn ermuntern, vielleicht doch aus dem Schatten rauszutreten und als Kandidat anzutreten? Jedenfalls als Kanzlerkandidat? Ich bin kein persönlicher Karriereberater, einzelner, großartiger Persönlichkeiten in der CDU. Das wird dort selbst entschieden. Aber ein eigenes Verfahren, das ich Jens Spahn schätze, das wissen Sie, dass ich viel von ihm halte auch. Und man muss nicht immer die gleiche Meinung haben, um sich gegenseitig zu schätzen und zu respektieren. Aber er gehört sicherlich zu den großen Hoffnungsträgern, die die CDU hat. Aber die CDU hat viele Hoffnungsträger. Okay, vielen Dank.